Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist wieder Unterhaltung pur, ich esse einen Taco oder was das auch immer ist, oder ein Tortilla-Chip. Und zwar sind wir jetzt wieder in meinem Main-Account, wir sind wieder Champ 2, ich habe den letzten Angriff verkackt, ich habe einen 25, glaube ich, Minus gemacht, einfach weil ich mich ein bisschen ärgern darf, beziehungsweise deswegen ärgere ich mich jetzt natürlich, so. Aber, mir fällt gerade ein, ich beende nochmal kurz den Kampf, ich kann die nämlich schon mal boosten, äh, ich habe nicht, ah, Alter, was habe ich denn verpennt, Junge? Achso, ich habe jetzt auch gar nicht so viel, okay. Hauen wir hier nochmal ein paar Mauerbrecherchen rein, dass einfach die Zeit nicht vergeudelt ist, verschwendet ist, wie auch immer. Yo, ich habe das ja bei einem Abonnenten gesehen, beziehungsweise bei einem, der ein Video halt gepostet, nicht ein Video, der halt einen Angriff gepostet hatte, der machte das ganz anders, der hatte eben noch zusätzlich Truppen bei, um halt nochmal nebenbei noch was, äh, clearen zu können, und das ist natürlich echt eine richtig geile Nummer, die ich mir auch probieren werde anzueignen, dass ich das irgendwie besser mache, weil jetzt bei dem letzten Angriff, der halt dann Fail war, äh, stand ich da, ja toll, Minus 25 Pokis wieder, hm, Mist. Ich traue mich immer noch nicht so ganz, Townhold 10er anzugreifen, ich hatte heute einen dabei, den konnte ich angreifen, weil die Infernus halt wirklich so weit auseinander gestanden haben, und halt wirklich das Rathaus nicht wirklich verteidigt haben, von daher war das dann in Ordnung, aber ansonsten gehe ich da eigentlich kein Risiko ein. Hier zum Beispiel, weiß man hundertprozentig, wenn man jetzt von unten kommt, das läuft nicht, das geht nicht, also die bleibt nicht, sorry, die bleibt nicht hier stehen, im besten Fall würde sie ja stehen bleiben, und der, äh, der Infernung würde sie halt gerade nicht anhitten, aber ihr wisst selber, dann geht sie doch ein bisschen weiter, und dann habe ich verloren. Ist natürlich doof. Ansonsten halt nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Tipp von mir, weil ich halt eben wirklich von 3600 komplett auf 3400 gefallen bin, klar, ich war in der Zeit kurz inaktiv auch, klar, aber ansonsten wirklich erst die Ability zünden, wenn es halt wirklich innen drinne losgeht, weil es ist halt wirklich so, yeah, Handy, bist bitte ruhig. Es ist halt wirklich so, ihr seid halt so am Start und am Machen und am Tun und alles läuft, alles gut, ihr seid durch die erste Mauer eventuell durch, und dann kommt die CB, zum Beispiel. Sage ich jetzt mal, bestes Beispiel Loons. Fünf Loons drinne, oder sechs, und ihr seht keine Sonne. Die reißen euch die Queen auseinander. Deswegen muss der Rage in dem Moment dann da sein. So, jetzt gucken wir mal, ob sich das lohnt. Ich meine, das ist gar nicht so verkehrt, weil ich hier das Town Hall kriegen müsste. Ich gucke mal, ich probiere mal. So, jetzt habe ich mittlerweile auch sechs Heiler gesetzt, weil das wirklich zu klappen scheint. Aber es sind auch nur zwei Sachen, die gerade gehittet haben, und trotzdem hatte ich auch schon ordentlich Damage. So ist es nicht. Zack. Komm. Was ich geil finde, ist halt wirklich, wenn die Queen halt sieht, gut, okay, da war eine Mauer schon mal angehittet worden, dass sie dann halt wirklich sagt, gut, okay, ich gehe an die Stelle der Mauer, die halt wirklich schon so gut wie kaputt ist. Das ist halt echt gut. Aber ansonsten ist halt echt noch viel dabei, wo du sagst, Alter, Queen, warum, warum machst du das? So, hier, jetzt seht ihr es selber. Die Minions, das ist nicht weiter wild. Aber ich muss mir halt den Rage, ja, ihr seht es selber, ich, ah, ich habe ihn fast. So, jetzt muss der nämlich schnell natürlich noch aufgeladen werden, die Hütte. Aber ihr habt es gerade selber gesehen. Die wäre, wir gucken uns den gleich nochmal an, die wäre halt nicht mehr, ja, zu heilen gewesen, weil wenn halt wirklich dann, ich sage jetzt mal, drei, vier Magier einfach raufballern, ist halt auch mal schnell Ende. Ganz klare Geschichte. So, jetzt gucken wir mal, hier geht die auch down, habe ich gar keinen Bock drauf, die muss durchhalten, die kleine Maus. Und deswegen wird hier einfach noch ein Rage rausgekloppt. Jetzt gucken wir jetzt, soll sie reingehen? Nee, ganz ehrlich, soll sie nicht. Passt schon. Ich habe nur einen Pokal gemacht. Logisch, war nicht viel, aber ich wollte ja auch ein bisschen was Alex haben. So, zack, zack, weil mein Alex ja leer war soweit. Den können wir jetzt auch einen Schub verpassen. Ja, ich hätte gerne alle. War ich ein bisschen unklever. Dafür ist ja, sind ja die Gems da. Dann läuft das. Mein Dunkle steht wieder draußen. Ja, weil, ja, vielleicht hat man wirklich mal Glück und man wird von der rechten Seite angegriffen und dann ist es halt, hat das halt vergessen, sage ich jetzt mal. Und dann ist es halt doch noch vorhanden. So eine Sache kann natürlich sein. So, ansonsten denke ich mal, die dunkle Kaserne brauche ich nicht zu boosten. Ich habe immer mal ein paar Schweinchen dann dabei. Und, ich muss mir das halt, sorry, ich muss mir das halt echt im Hinterkopf behalten, okay, äh, ich will die Schweine nicht gleich am Anfang raushauen. Also, mir geht es halt wirklich so, dass ich sage, gut, okay, ich habe die Schweine da, na, warum soll ich sie nicht nehmen? Zack und weg. Und, da ist, glaube ich, bei mir das Problem, dass ich halt eben ganz schnell sage, gut, okay, komm, alle weg, alle weg. Und am Ende stehe ich da und habe eventuell keine Truppen mehr. Das ist halt echt mein großes Problem. Gucken wir mal, neun Heiler, einwandfrei passt. dann können wir loslegen. Genau, einwandfrei. Jetzt hätte ich eh keine, keinen Elixier mehr für irgendwas anderes. Ich habe zwei Rage. Das ist gerade noch so akzeptabel. Eigentlich hätte ich schon gern drei. Aber dafür habe ich ja wiederum als kleine Hilfe die sechs Schweinereiter, die beim Bereich Inferno eventuell auch richtig was ausmachen könnten. Wenn man halt wirklich sagt, gut, okay, ich will die Infernos ablenken in der Zeit, in der ich mit der Königin halt rangehe, an den Inferno, um ihn auszuschalten. mal gucken, mal gucken, wie das läuft. Aber das wird dann halt wirklich die, ja, die Zeit zeigen. Ich skipp euch mal wieder raus. Wenn es dann wieder interessant wird, lasse ich euch gerne teilhaben. Ich würde mal sagen, this is how we do it. Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir uns in eine Ecke setzen, wo wir die Queen sozusagen so ein bisschen festnageln können, dass sie nicht so sehr an der Außenseite vorbei rennt. Ich haue die mal hier hin. Und ihr seht halt auch gleich wieder, gleich die sechs Heiler gesetzt. Gleich raus das Zeug. Na, die ist aber, das war aber gar nicht so verkehrt von den Mauerbrechen. Ich meine, klar, die Mauer ist jetzt nicht down gegangen, aber die haben ja relativ gut überlebt. das passt hier. Clearen wir hier nochmal ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Da bist du in der richtigen Richtung, kleine Queen. Und dann haben wir hier natürlich noch eine schöne Überraschung, für sie zu stehen. Ich hatte definitiv zu wenig Mauerbrecher, Hals, 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 hier gerne nochmal schön weiter reingehauen. Und hier sehen wir jetzt gerade, oh yeah, wir sehen wieder Magier. Ich rage auf jeden Fall. Ich gehe da absolut kein Risiko ein. Weil da habe ich wirklich schon viel, viel, viel zu schlechte Erfahrungen gemacht. Ihr sitzt da und denkt euch, ah, naja, man könnte ja den Rage Spell sparen und man könnte ja die Ability noch ein bisschen später nehmen. Ja, und dann sitzt du da und hast ein Problem, weil du tot bist. Beziehungsweise weil die Queen halt tot ist. So, hier gibt es auch zu sehr aufs Maul. Bringt gar nichts. Ich will, wenn, wenn das hier läuft, ja genau, genau, genau. Hier nochmal schön unterstützend, weil ich sehe ja hier, es sind keine Riesenbomben da. Kann also da nicht so viel sein. Das ist natürlich jetzt der Zeitfaktor. Das ist der Zeitfaktor, ja, ja, Par excellence. Fehlen mir sogar die Worte hier. Ne, also das ist natürlich wirklich das, was mich jetzt wirklich nach vorne bringt, was sie mir halt eben auch nochmal ein paar Puckis, ähm, ein paar Puckis, ein paar, äh, Prozente gegeben hat auf jeden Fall. Und jetzt kann ich halt eben, ohne dass mich jetzt irgendwie links und rechts irgendwas anhittet, schön mit der Queen eben schön draußen rumlaufen und alles ist cool. Dann muss ich sagen, haben sich die Schweine auf jeden Fall gelohnt momentan. Und weiter geht's und weiter geht's. Die sollte ganz gut draußen rumlatschen. Das sollte passen. Genau. Jetzt haben wir da, dann haben wir da die Kaserne. Das sollte eigentlich ganz gut laufen. 40 Prozent einwandfrei. Ah, ich liebe das, wenn das läuft. Das liebe ich denn voll. Das müsst ihr wissen. Richtig geil. Hier, ihr seht's auch, was die Heiler echt aushalten. Also da, pfff. Jetzt sehen wir natürlich hier gleich wieder, jetzt kriegt's natürlich gleich wieder auf den Sack. Ich, ich dropp hier mal meine drei Heilerchen auch noch raus. Ich will da halt eben wieder kein Risiko eingehen, ganz klar. Und guck mal, hier sieht man's jetzt perfekt. Also ich hatte jetzt nur wirklich einiges an Heilern am Start und der, äh, Bogieturm hat mich da halt doch schon gut gehittet. Hier sieht man's jetzt nochmal, Kanone, aber ich meine, es sind auch nicht mehr so viele Heiler jetzt. Den hätte ich gern noch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab zwar jetzt nicht mehr den Rage, aber, das wär jetzt verschenktes, definitiv verschenktes Potenzial. Hier noch, und sobald aber dann der Bogieturm anfängt zu hitten, würde ich sagen, lass ich das. Weil alles, was ich jetzt an Prozenten dazu bekomme, genau, einwandfrei, noch 60% gemacht, easy going. Habe ich 90% Liga-Bonus, einwandfrei. Läuft. Das ist toll. Ich hoffe, sowas wollt ihr sehen, und wenn ihr sowas nicht sehen wollt, dann seid ihr hier ja eh falsch. Nee, also wie gesagt, ich denk mal, das läuft hier, und dann folgen die nächsten Videos wieder so ein bisschen mehr mit Queenwalk, ähm, weil wie gesagt, alles andere, zum Beispiel wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, CW ist mehr so meins, ey, wie gesagt, zum Beispiel bei Brennerchen, da leite ich gerne an ihn weiter, zum Beispiel, der ist ja so ein, ja, äh, CW, äh, ja, suchti, sagen wir's mal so, und jeder hat so seins, ich denk mal, mit dem Queenwalk bin ich da ganz gut beschäftigt, und, das passt, ich denk mal, das, wie gesagt, das hoffe ich mal, gefällt euch auch, und wie gesagt, ich fühl mich im Queenwalk-Bereich, im Champ, echt bestens aufgehoben, das läuft auf jeden Fall, das läuft auf jeden Fall, wie sieht's aus noch mal so, von wegen, ja, ich sag mal, bald steht ja wieder mal ein Special ins Haus, ich würde mal fast sagen, das könnte mal wieder sein, dass irgendwie Clan-Sprengung oder sowas ist, was haltet ihr davon, haut mal raus, wie seht ihr das so, vielleicht mal wieder in einem Stream oder sowas, könnte ich mir wieder vorstellen, wenn arbeitsmäßig nicht so viel los ist, dass man dann nicht noch, wer weiß wie, äh, ja, an Zeitheld reinstecken muss, das war's von mir, ich würde mal sagen, ihr haut rein, ciao, ciao.